Scheiße! Das sieht aus wie ein Gefängnis hier! Was geht hier ab? Einen wunderschönen guten Abend meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Outlast hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Leute, wartet! Wartet! Ich gestern Abend um 12 Uhr abends, gestern Abend um 12 Uhr abends, komm nach Hause. Euphorie geladen, setz mich an meinem PC, möchte eine Folge Outlast aufnehmen. Ich nehme jetzt Outlast auf. Spiel das ganze gute Stück. 60 Minuten lang weiter. Bin sicher 5-6 Mal gestorben. Mega gefreut, dass ich diesen Part endlich geschafft habe, um danach bei der Videoaufnahme zu sehen, dass ich bei OBS, mein Aufnahmeprogramm, vergessen habe den Sound zu aktivieren. Das heißt, alles wäre im Stumm-Modus gewesen. Nun ist es so, dass man bei Outlast ja keinen letzten Speicherstand laden kann oder keinen vorletzten. Also musste ich jetzt bis hierhin nochmal alles schnell durchrushen. Genau. Aber egal. Wir sind jetzt wieder hier an der Stelle angekommen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, kurz vor dem Generator, wo wir die zwei Pumpen aktivieren mussten. Und ich schlage auch vor, dass wir jetzt hier weitermachen. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt kurz weiß, wo es lang geht, weil ich ein bisschen schon was gemacht habe. Zum Beispiel weiß ich, dass der Typ jetzt noch nicht hier rauskommt. Der kommt erst, nachdem ich die erste Pumpe aktiviert habe. Aber egal. Gemeinsam, Leute, sind wir stark und wir schaffen das. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, noch Batterien zu sparen, beziehungsweise den Nachtsichtmodus. Guck, jetzt kommt der raus. Ach, scheiße. Also, also, also. Oh, der kommt natürlich genau in meine Richtung. Au, nein. Nein, 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 nein. Oh, ich habe doch keine Chance gegen dich. Oh. Bleib da, bleib da. Geh rein, geh rein. Ja. Okay, 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 okay. Ich habe auch gar keine Chance zu entkommen. Komm, hau ab. Ja, bring mich um. Ja, komm, scheiß Bastard, Mann. Ey, wenn ihr ein bisschen Ahnung von dem Spiel habt, könnt ihr mir ja mal sagen, ich habe es nie geschafft, von den Leuten überhaupt wegzulaufen. Wenn dich einmal einer gesehen hat, den Typ, der rennt dir viel zu schnell nach. Ich habe gar keine Chance zu entkommen, ob das normal ist. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Lauf hinten hin, komm, bitte. Ja, lauf, komm. Ich muss unbedingt leise bleiben. Geschafft. Okay. Rennen darf ich nicht. Sollte ich auch nicht. Weil ich habe das Gefühl, die KI hier ist schon recht heftig. Vor allem, ich spiele ja auch oft schwierig. Hier hinten ist noch eine Batterie. Und jetzt haben wir eigentlich den Schalter, den wir aktivieren müssen. So. Und jetzt warten wir. Und wir hoffen, dass der Typ, bitte. Nein. Ach, der läuft in die falsche Richtung. Ich weiß ja auch nicht, wo der hinläuft. Komm schon. Ich weiß. Vor allem, ist der jetzt da rüber gesprungen oder ist der jetzt hier links im Raum? Ich höre seine Schritte. Wo ist der? Nein. Bitte. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Also, wir probieren es. Wir probieren es. Los, 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 los. Oh. Und jetzt. Nein. Hier rein. Hier rein. Ich hoffe, der kommt nicht nach. Ich hoffe, der kommt nicht nach. Komm, komm, komm. Oh, scheiße. Oh, shit. Wir haben es geschafft. Okay. So weit war ich jetzt selber noch nicht gewesen. Ey, ich habe echt den letzten Part eine Stunde lang versucht, den abzuhängen. So. Okay, für mich ist das jetzt echt gerade ein Highlight. Ab hier weiß ich jetzt auch nicht mehr viel. Ich hoffe, dass das mal alles auch mit der Aufnahme stimmt. Ähm. Okay. Seine mitternachtliche Yoga-Stunde hat anscheinend gerade begonnen. Lassen wir dem Typen mal seine Arbeit machen. Gut. Also, wir haben den Strom wieder aktiviert. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nochmal zurück in den Sicherheitsraum sollten. Hm? So. Hä? Oh, shit. Okay. Das sieht sehr eklig aus. Äh. Kannst du... ... unser Herr, der Wallrider, ...dringt seine Wahrheit in den Unglauben? Hä? Auwa! Der einzige Teil dieses Platz ist die Wahrheit. Akzeptiere das Gospel. Und alle Türen, die wir in dir... ...durch Zaubern, durch den Raum geworfen werden. Was geht denn da ab jetzt? Das sah ja fast aus, als wären da irgendwelche Geister. Oh, sag die Kamera ist noch am Start. Als ob der dem die Kamera gelassen hat. Sieht aus wie eine Gummizelle. Vergiss nicht, dass Notizen deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du... ...dein Camcorder... Ja, okay. Also. Oh, neue Notiz. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaublich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Doktor Ragnicke hat mir mit dem zu tun, was hier schief gelaufen ist. Aber er ist vor mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe in Frieden. Steht mit Blut an der Wand geschrieben. Aha, dann ist das also der Vater Martin, wo uns diese Spritze verpasst hat und auch im ersten Part zu sehen war. Also der Priester. Der hat uns hierher gebracht. Ja. Was die Leute doch wieder mit dem Deckmantel des Glaubens alles anrichten. Oh, shit. Danke, Bruder. Scheiße. Das sieht aus wie ein Gefängnis hier. Was geht hier ab? Bin ich sicher? Ich weiß eigentlich, was ich filmen soll und was nicht. Zu viele Stimmen. Oh, nein. Da gehe ich mal lieber nicht rein. Hallo? Scheiße, die sind richtig im Arsch hier. Oh, oh. Oh, oh. Sonst alles gut bei euch. Scheiße. Also der Priester hat auf jeden Fall anscheinend... Seinen Leuten? Ich habe keine Ahnung. Befohlen mir nichts zu tun. Aber die im natürlichen Fick drauf. Jetzt mal ganz ehrlich. Guck doch mal, was für ein Zustand die sind. Die können ja gar nichts voneinander unterscheiden. Was? Scheiße. Alles okay. Oh, oh. Junge. Hier hinten was versteckt irgendwie? Nee. Das sieht auch alles leer aus. Das ist wirklich... Okay, das ist ja auch eine Nervenheilanstalt, aber... Aber das sind halt richtige Gefängniszellen hier, ne? Stefft nicht mehr. Schwerst nicht mehr. Spass... So... 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 Not trust them. They'll tell you it's... Science, but... It's not... They were... Waiting... For us... In... This place... Billy understood. They've always... Long time on começar. dieser bastard alles klar ich finde das game richtig gut richtig gute atmosphäre ist genau meinem geschmack ist der kopf nicht mehr mitmacht die haben den ausgang gucken uns noch mal vorher die anderen räume schnell an guter ist verschlossen das glaube ich nur noch der johu scheiße den lassen wir mal lieber drinnen mit dem kann man sich nicht gut unterhalten oder war das war die tür gewesen wo darf ich lang mein gott was ich will gar nicht wissen was er mit dem gemacht hat sagt wir werden perverser und wir wollen zugucken und wir haben neuen notizeintrag nekromantie dieser verdammte ort ganz ehrlich dieser scheiß ort sterben gehört hier zu den wenigen schrecklichen dingen ich schwöre der hat sich gerade an der leiche vergangen wenn auch der titel im kopf nekromantie ist ach du scheiße die sprengen hier echt jeden rahmen komm bitte ich mir mal speichern warte warte doch scheiße was ich ich möchte um nicht wissen was jetzt so irgendwie mein nächstes ziel ist schuldigung wenn ich die ganze zeit die kamera auf und zu mache aber ich möchte halt echt batterien sparen jetzt haben wir schon wieder fast keine batterien mehr ich frage mich auch im schwieriger war schwierigkeitsgrad oh nein da hinten waren ja diese typen gewesen ich frage mich bewegt sich zu einer kante hin und daran festzuhalten oh wenn jetzt nicht ich könnte mir so richtig vorstellen dass gleich einer von links kommt ähm wo war ich ja genau ich frage mich halt wie die schwierige der schwierige jetzt gerade ist ob es auch weniger batterien gibt zu finden scheiße da waren diese typen gewesen soll ich ne ich lade noch nicht die batterie auf hast nicht gewartet was was hat er denn gesagt scheiße fuck ich dachte er kommt mir jetzt gerade nachgelaufen okay sonst ist hier nix neues ziel folge den blutspuren okay hey an so einfachen dingen erschrecke ich mich schon was ist das so eine art kontaminationszelle oder dass ich entkontaminiert bin okay es ist gespeichert haben wir hier einen batterien oder so nicht scheiße ich hau eine neue batterie mal rein hallo scheiße das geht ja boah auf die auf die beiden durch den abfluss mit dem blut hat er gesagt der einzige gegen nach draußen führt nach unten durch den abfluss durch den abfluss durch den abfluss boah ich hab halt überhaupt kein bock dass diese anderen zwei typen wo es hey beruhig dich man down the drum also soll ich jetzt da runter ich lauf erstmal hier okay wir müssen echt da runter Junge ist alles gut okay wir gehen ja runter oh ich hab kein bock da drauf hallo ich weiß ja nie was nein okay ich geh ja keine sorge ich mach das schon leise wo sind die zwei typen hin von vorhin halt da ist was der kann ja sogar raus jo bleib bleib da hinten oder ah nee der ist nochmal eingesperrt und jetzt okitoki batterie gib mir doch eine batterie mein gott alles gut mein freund eine beschwörung ähm okay aber was denn für eine beschwörung eine geisterbeschwörung eine dämonenbeschwörung irgendwie sowas wo darf ich denn jetzt lang in den aufzug oder was wenn du türen schließt kannst du deine verfolger abbremsen aha oh wir können logischerweise darüber springen nein nein was geht hier vor ok oh nein und jetzt was los mit dem da ist eine schränke wo ich mich verstecken kann dass ich unsere protagoniste aber auch nicht verteidigen kann also ich würde mir doch wenigstens einen stuhl oder sowas schnappen ja wo soll ich denn jetzt hin warte mal was haben wir denn hier da ist sicher mal gesperrt wir müssen also da rüber wir müssen an dem Typen vorbei aber wie wie mache ich das am besten der sieht uns ja sieht er uns mal im Schatten bleiben hallo oh bleib jetzt bitte da oh mein Gott oh mein Gott bloß keinen Lärm machen bloß keinen Lärm machen oh bitte komm jetzt nicht von hinten oder was oh da ist noch einer tut mir leid ich wollte dich tristen tschuldigung tschuldigung es kommt ja sicher auch noch wo lang wo lang ich weiß nicht ich habe keine Ahnung drüber oh ich bin spinnt ich bin spinnt los rein rennen haben wirs ich kann sie abschütteln Tut mir leid, rein 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 Das ist krank Ey, das erinnert mich so krass an Alien Isolation Die Hälfte der Spielzeit hast du eigentlich in irgendwelchen Kleiderspins verbracht Scheiße, ich glaube, jetzt habe ich es mir total schwer gemacht, weil jetzt läuft der Typ auch hier vorne rum Okay Leute, ich denke, ich werde an der Stelle den Part beenden Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein Um 16.30 Uhr versuche ich in der nächsten Zeit jetzt immer die Videos hochzuladen Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif Leute Habt noch einen schönen Abend, euer Nia, bis morgen und ciao